Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Ariel die Meerjungfrau. In diesem Film geht es, wie man es denken kann, um die Meerjungfrau Ariel, gespielt von Ellie Bailey. Die kennt man zum Beispiel aus der Serie Grown-ish. Die ist sehr angetan und sehr neugierig von der Oberwelt und sammelt auch allen möglichen Kram, den sie von den Menschen findet, was sie so in der Meer verlieren und sowas alles. Und auch ihr Vater, König Triton, gespielt von Javier Bardem, den man zum Beispiel aus 007 Skyfall kennt. Dem entgeht das natürlich auch nicht, aber er ist da absolut dagegen, denn die Menschen sind nicht immer freundlich und haben auch seine Frau bzw. Ariels Mutter auch getötet und somit ist er gar nicht gut auf die Menschen zu sprechen, was Ariel natürlich nicht davon abhält, weiter sich mit den Menschen zu beschäftigen, denn wie ist es mit Kindern, verbietet man denen was, machen sie es erst recht. Und eines Tages kommt ein Schiff über das Meer geschiffert, sage ich jetzt mal. Und dort ist ein junger Mann namens Eric wird gespielt von Jonah Hauer King. Den kennt man auch nur aus so kleineren Produktionen. Eines der letzten Produktionen ist This is the Night. Und ja, unsere Ariel rettet Eric, bringt ihn ans Land und ja, sie verliebt sich in ihn. Was natürlich die ganze Sache natürlich noch mehr verkompliziert, es bleibt nicht unentdeckt, dass sie sich verliebt und dass sie jetzt noch mehr den Drang hat, die Menschen zu erforschen und die Oberwelt zu erforschen, denn die böse Schwester von König Triton, Ursula, ist eine Magierin und es bleibt nicht von ihr unentdeckt. Und um König Triton ein bisschen einen auszuwischen, macht sie einen Deal mit Ariel. Sie gibt ihr die Stimme und dafür bekommt sie von Ursula drei Tage als Mensch. Mehr oder weniger widerwillig, will ich sie da ein und sie ist dann für drei Tage ein Mensch und erkundet dann die Oberwelt. Ja, soviel dazu. Ja, jeder kennt so, glaube ich, schon ziemlich Ariel, die Meerjungfrau, deswegen braucht man da jetzt auch nicht mehr groß was zu erklären. Was man aber sagen sollte, der Film ist absoluter Wahnsinn. Der Film ist wirklich der absolute Wahnsinn, denn die Optik des Films ist richtig gut. Die Schauspieler, also wie Halle Bailey, wenn die dann auf der Oberwelt ankommt, die wirklich von der Mimik her man es hier ansieht, wie hier und da, wie sie immer wieder etwas Neues entdeckt und überhaupt so diese ganze Neugier, das verpackt sie in ihrer Mimik sowas von genial, das ist unglaublich, also das ist sowas von unglaublich, das ist genial. Also da hat man mit ihr wirklich einen richtig guten Fang gemacht. Und auch die anderen Schauspieler wie Eric und auch König Triton absolut hochkarätig besetzt, absolut hochkarätig besetzt, also da kann man wirklich nichts anderes sagen. Und auch Melissa McCarthy, die Ursula spielt, auch wirklich eine absolut tolle Besetzung. Auch so die anderen wie Fabius und Sebastian und sowas alles und Scuttle. Man hat da wirklich diese bunte Welt, die man aus dieser Zeichentrick-Serie kennt, beziehungsweise Zeichentrick-Film kennt, die hat man dann wirklich real vor sich. Und auch die Animationen, die sind wirklich super gelungen. Diese schöne, bunte Unterwasserwelt, diese schönen Fische und alles drumherum, das passt alles sowas von einhundertprozentig. Einhundertprozentig, also es gab da jetzt keine Szene, wo ich sagen musste, na, ne, und auch was mir sonst bei Disney auf die Nerven geht, so dass da so viel gesungen wird, selbst das hat mir in diesem Film gefallen. Selbst das. Und da muss ich sagen, ihr habt bei diesem Film so unglaublich viel richtig gemacht. Ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Der Film hat ja auch wirklich alles. Der hat ja Spaß, der hat Humor, der hat Gefühl, der hat Spannung, ein bisschen Action hat der auch. Also, in diesem Film hat man wirklich ein wirkliches Rundum-Paket für die gesamte Familie. Und auch so die ganzen Schauspieler, die passen hundertprozentig in ihren Rollen rein. Sei es die Hauptcharaktere, sei es die Nebencharaktere. Es macht einfach Spaß, sich diesen Film als Realfilm anzuschauen. Also, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich den Zeichentrickfilm Ariel gesehen habe, denn so einige Sachen waren mir jetzt teilweise schon gar nicht mehr bewusst gewesen, dass die im Zeichentrickfilm vorgekommen sind. Aber es war wirklich wunderschön, sich diesen Film als Realfilm anzuschauen. Und der Film hat einfach abgeliefert. Man kann es nicht sagen, die haben wirklich alle abgeliefert. Da hat Disney, man kann ja wirklich mal sagen, was man will, mit Neuauflagen und so haben die mal mehr, mal weniger Glück gehabt. Aber zum Beispiel auch genauso wie Dumbo, der hat mir zum Beispiel gut gefallen. Und genauso ist Ariel. Ariel hat mir auch wirklich super gefallen. Also, da hat man wirklich jede Menge richtig gemacht. Es gab da jetzt wirklich keine Sache, wo ich jetzt gesagt habe, nee, 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 hat mir jetzt nicht gefallen. Also, für mich ist das wirklich, also von den Neuauflagen von Disney, ist das für mich bisher der Film, wo ich sagen muss, da habt ihr am besten abgeliefert. Da habt ihr wirklich am besten abgeliefert. Der gefällt mir noch besser als der Dumbo-Film und der war ja schon nicht schlecht. Aber Ariel haben die wirklich, boah. Also, da lässt sich wirklich nicht mehr zu sagen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also man wirst wirklich sagen, das Team, das diesen Film gemacht hat, hat 100%ig abgeliefert. Also, dieser Film ist der Wahnsinn. Also, ich habe den ja auch in IMAX 3D gesehen. Die 3D-Effekte waren super. Man hat sich da wirklich in diesen Film hineingezogen gefühlt. Die Charaktere sind gut. Die Animationen sind gut. Auch so die Außenwelt, also die Außensettings und auch die Innensettings. Hammergeil. Hammergeil. Und somit bleibt mir nichts anderes übrig, als diesem Film die volle Punktzahl zu geben. Weil der Film einfach abliefert. Der Film hat genau das, was man sich von so einem Film erhofft. Und auch genau das, was man sich von so einem Film erwartet. Also, der hat wirklich alles, was man sich für diesen Film wünscht. Also, der ist mindestens genauso gut wie der Zeichentrickfilm. Und da kann man wirklich sagen, was man möchte. Aber dieser Film ist absolut lohnenswert. Und den Film sollte man sich auch unbedingt im Kino anschauen. Denn auf dem Fernseher wird der nicht so gut wirken, wie der im Kino wirkt. Und wie gesagt, ich habe den in IMAX 3D gesehen. Ganz klare Empfehlung. Schaut euch den Film in IMAX 3D an, wenn ihr den Film in 3D sehen möchtet. Ja, das war mal eine Filmbewertung zu Ariel, die Meerjungfrau. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und schaut auch mal in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die euch vielleicht interessieren. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.